Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. 12, 29 im Kassen, Sebastian, die 4, Gino, die 5, John, mit der 7, Simil, die 8, Daniel, die 9, Kevin, mit der 11, Philipp, Kenan, die 15, Tom, mit der 20, Jan, Steffi, 13, 30, Gino, auf die 31. Ja! 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 Ja, nein! Alle, alle. Alle, alle! Alle, alle, alle! Wir schaffen die 15. Spielminute, Steinmal das Tor für unsere Mannschaft, Tor für den PSV! und der Torschütze präsentiert vom Helios Klinikum in Bahnen. Es war unser A7 Senior! Senior! Neuer Spielstand Ressort! Danke! Jetzt aber ab! Ja! Ja! Halten seit Hause Spielfeelsfall gegen Bundesrat statt links zu holen. Ja! 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 Und der Torschützer Positiv von Helios E.V.O.P. und der Partei. Und das Sametick von unserer 61. Edis! 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 So! Schießt für den Rippofahrer, Jörnach, Endschwanz. VSV! Freu! Nee, da geht noch was. VSV! Freu! Wann halten du? Gut! Danke! Bitte! Danke!